Servus und grüß euch miteinander. Heute einmal aus einer etwas anderen Perspektive bin ich nämlich mit dem Radl unterwegs und wir fahren an der Isi entlang Richtung Stausee. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.